Ihr seid beim besten Kanal für Vielflieger und jetzt dürft ihr nicht erschrecken. Also versprochen, ja? Es ist ein kleiner Schock, aber der wird ja versüßt. Der wird uns richtig toll versüßt. Also Achtung, jetzt nicht erschrecken. Seid ihr erschrocken? Nein. Na ja, gut, die First wird umgebaut. Das ist doch nichts Schlimmes. Also was völlig Normales. Dafür wird sie umso schöner. Wir werden hier nächstes Jahr schweben. Die Horn Circles, die First Class Gäste, die werden auf Wolken gebettet in der neuen First Class Lounge. So schön wie drüben im D-Bereich, im E-Bereich. So schön wie drüben im D-Bereich. So schön wie drüben im D-Bereich. Und der A-Bereich wird umgebaut. Also für euch jetzt, ihr könnt trotzdem hierher kommen. Für Senatoren gilt das Motto. Da gibt es momentan die Aspire Lounge. Da könnt ihr unterkommen. Musik Musik Und für First Class Gäste und für die Horn Circle Member ist natürlich die First Class Bereich weiterhin für euch geöffnet. Weiterhin gute Unterhaltung. Ihr seid beim besten Kanal für Vielflieger. Und hier geht es direkt zum nächsten Video. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Musik 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 Musik